Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Hardware Review und zwar heute haben wir Post aus dem Hause Triton bekommen. Triton hat mit der Kooperation zusammen mit Madcats ein Headset entwickelt und zwar das Triton Warhead 7.1 Headset. Das gucken wir uns heute einfach mal an. Ich hätte gesagt, wir machen im ersten Video wieder das Unpacking und im zweiten Video schauen wir uns dann einfach mal an, was kann das Headset und wie hat es so für mich getaugt. Und wo wir wieder beim Thema Madcats sind, ihr wisst ja, ich muss es einfach machen, wir holen mal eine Madcat. Bitteschön! Wenn das nicht Madcat ist, bis dann, servus! So liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking in meinem Kanal. Ja, die Hardware-Fans da draußen werden sich natürlich freuen und zwar wir haben heute das Warhead 7.1 von Triton. Ist ein richtig schönes Ding, also ich habe mich wirklich darauf gefreut, als ich dieses Teil hier geordert habe. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch kein einziges Headset von Triton gehabt. Der Dr. Kaboom hat ein Triton Headset, der Chris hat ein Triton Headset und ich habe bis jetzt nur Positives davon gehört. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie das Teil ausschaut und wie es sich so anfühlt. Wie immer machen wir es so, erstes Video Unpacking und im zweiten Video machen wir dann den Praxistest. So, dann nicht lange rumgeredet, auf geht's! Auspacken! Dazu brauchen wir natürlich wie immer ein Schweizer Messer. Das muss aus der Schweiz sein, ganz klar. Damit das Ganze natürlich auch ordentlich von statt hin geht, bin ich auch ein Freund der ordentlichen Einschnitzerei hier. Ich möchte ja nichts kaputt schnitzen. So, jetzt wird das erstmal aus seiner Hülle befreit. Haben wir unten auch noch Kleber? Ah, geschickt gemacht! Kleber überall, damit wir kleben können. Gucken wir mal. Also, das können wir hier schön zusammenfalten. Oder auch nicht. Stellen wir mal ein Stückchen auf die Seite. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Kleber. Oh, das ist ja genial gemacht. Guckt euch das mal an. Da hat man hier in die Mitte ein Triton reingemacht, sozusagen das Logo von Triton. Das Teil kann man auch hier rausnehmen, aber das, glaube ich, kann dann so ausgezogen werden. Passt mal auf, Achtung! Ist ja genial gemacht, die Verpackung. Ja, ich liebe das. Muss ganz ehrlich sagen, bei Astro, da war ich schon von der Verpackung so begeistert. Also, die haben ja auch sehr, sehr geile Verpackungen. Und sehr, sehr massiv, muss ich sagen. Also, es ist nicht billig verpackt, sondern wirklich schön. Ich finde, sowas ist halt einfach wie beim Essen. Das Auge isst mit. Und wenn einem das Headset von außen schon mal gefällt von der Verpackung, dann kann es innen natürlich hoffentlich nur noch umso besser sein. Ah, das sah aus wie ein Viereck. Ist aber nur ein kleines Tütchen. Was haben wir denn hier? So. Aha. Sieht nach einem Battery Pack aus. So. Hier könnt ihr es mal sehen. Zwei so Battery Packs. Sieht aus wie beim Handy. Die legen wir mal auf die Seite. Messer brauchen wir nicht mehr. Können wir mal wegpacken. Dann holen wir mal das Headset raus. Aha. Wir haben hier eine Triton Station. Sehr, sehr cooles Format. Also auch so in der Form noch nicht gesehen. Könnt ihr mal betrachten hier. Ich stelle mal auch mal hier hin. Hier haben wir Read This Voice Chat. Ganz wichtig für die Leute, die auf der Xbox sind, Voice Chat lesen. Gucken wir uns aber jetzt noch nicht an, sondern dann auch erst den Praxistest. Hier haben wir eine Accessoire Box. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Da sind dann wahrscheinlich die ganzen Kabel drinnen. Ja, sieht man hier Kabel, Mikrofon, Stromkabel. Hier ist das Mikro drin. Oh, hier haben wir eine Halterung drinnen. So. Und da ist das eigentliche Prachtstück. Befreien wir dich mal. Die Befreiungsaktion startet. Das müssen wir hier entfernen. So. Schnibbeldi, schnibbeldi, schnapp. Einmal. Ja, man hätte es auch nicht sicherer verpacken können. So. Und zweimal. Da haben wir das schöne Prachtstück. Ich halte es mal in die Kamera. Funkelt und glitzert noch. Gewicht ist auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen, sehr, sehr leicht. Also da gibt es Headsets, die haben wesentlich brachialeren Charakter. Die sind auf jeden Fall um einiges schwerer. Ich entferne jetzt mal hier die Schutzfolie, damit ihr mal sehen könnt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr klar. Hier kommt das Headset rein und die Verarbeitung ist auf jeden Fall gut. Die Ohrschützer fühlen sich auch sehr gut an. Kann man hier mal sehen, das ist Leder. Sehr, sehr weich. Und ich setze das mal kurz auf. Ja. Die umschließen sehr, sehr schön das Ohr. Und das finde ich gut, wenn ein Headsets das Ohr ein bisschen umschließt, weil dann hat man auf jeden Fall Ruhe und Gelassenheit. Kann man an der Stelle mal sagen, stopp. Auch dieses Video, stopp. Das war das Unpacking. Im zweiten Video gucken wir uns dann die Details an. Bis denn, wie immer, euer Anders Jübel. Servus.